Ja hallo liebe Freunde des guten Geschmacks und Willkommen an der Ostfront im Bereich der Heeresgruppe Süd mit der Division Großdeutschland an unserer linken Flanke, die wir leider hier auf der Karte nicht sehen. Wir sind am Ende des Zuges Nummer 3 angekommen. Recon Detected Presence of Tanks on the North Edge of the First Northeast of Malishevo. Das ist korrekt. Wir drücken mal in Next Turn und schauen was passiert. Der Russe verliert Punkte. So und der Hagels weiter Punkte. Der Russe verliert nochmal Punkte. Refueling. Ok. Die Einheiten graben sich ein. Es ist sehr gut, dass die sich eingraben. Und wir werden jetzt gleich mal unsere Truppen hier reorganisieren und restrukturieren. Tja. So schaut's aus liebe Freunde. Ich werde mal die Order of Battle anmachen. So. Und dann Schauen wir mal. So. Und zwar das ist einmal hier das Bataillonskommando. So. Ähm. Ist eine historische Situation? Oh, 22 Uhr The offensive is developing successfully German infantry with forces of up to two infantry Regiments occupied Heights of the south of Voronezh By 1945 neither German artillery nor tanks managed to cross the Don Don? Ist das hier? Das ist aber Das ist so ein Nebenarm hier, Voronezh heißt das so Nebenfluss At 2020 the Germans estimate their forward positions Were 5 km to the south of Voronezh At the end of the day a report was sent to the army headquarters Forming that the infantry is controlling the forest northeast of Malishevo Tanks are still on the opposite bank of the river Malishevo, wo ist das denn? Hier Na gut Wie machen wir es? Stoßen wir hier noch weiter vor Hier ist eine Kompanie komplett Wir gehen mal von oben runter Da kommt mechanisierte Infanterie Das ist erste Bataillon Na komm 29. Infanterieregiment 24. Panzerdivision 1. Infanteriebataillon Die haben halt echt schwere Verluste im Raum Aschilovo erlitten 2. Infanteriebataillon Und wo sind unsere Panzer? Ist das hier oder was? Ne Ne Äh Ne 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 Was kriegen wir denn da? Panzer 3, Panzer 3, Panzer 3, wird kein Wechsel, ein paar Stucks oder, oh man, das Panzer 4 wahrscheinlich, ja, Ausführung F, aber, wir haben die lange Kanone schon, okay. Okay, so, jetzt ist die Frage, ähm, naja, also das Spiel geht ja über 13 Runden, ne, die Kampagne, wir sind jetzt beim Zug 4, also wir müssen vorneweg schon mal nichts überstürzen, zumal wir, ähm, punktemäßig vorne liegen, also würde ich ungern jetzt wegen diesen beiden Punkten hier, äh, hier über die Brücke und diese eingegrabenen Einheiten hier angreifen, ja, das, das wäre verlustreich. Im Gegenzug, also die, allerdings erst in 8 Runden, wann bekommen wir denn hier unsere Panzer, nächst, ah, nächsten Zug kriegen wir schon die Vorausabteilung quasi, beziehungsweise wir haben ja hier schon so 24. das Panzerregiment, genau, so die erste, die Vorhut ist quasi schon da, das sind die Offenmap, genau, und die kommen noch. Okay. So, auf jeden Fall, wir machen die Order of Battle wieder an, wir werden mal gucken, was bist du denn überhaupt? Okay, das ist, die haben nur diese olle Panzerbüchse, ne, 2,8, nee, das ist nix. Das ist nix, was bist du? Oh, das sind so Aufklärungsfahrzeuge, okay. Auf jeden Fall, hier haben wir die 8er Heavy Gun Coil mit 5 cm Pack, das ist sehr gut. Die 5 cm Pack werden wir hier an die Brücke verlegen. So, und damit, das wäre voll geil, wenn man dann die, dieser Kompanie hier angliedern könnte, ne. Das würde ich mir voll gut finden. Das kann man, glaube ich, im Battlegroup-Modus, ne, kann man das machen, dass man da die Battlegroups auch irgendwie umgruppiert und so. Hier haben wir aber noch Pack, Pack und Gesindel. Aber das ist auch nur eine 2,8. Die können wir aber mit in die... Okay. Kannst du dich nicht bewegen, oder was? Wo ist denn das... Ach, krass. Ja, weil die auf der falschen Seite vom Fluss ist. Genau, und wir werden das hier aufgeben, weil einfach von Shilowo aus kann man dieses, das ist ja so ein Tal hier, das kann man hier hervorragend verteidigen. Genau, so diese Ecke, das ist zwar so eine exponierte Stellung hier, aber hier können wir die dann wunderbar am Wald aufstellen und der Gegner muss hier über diese offene Fläche. Das heißt, wir ziehen unsere Truppen hier zurück nach Shilowo. Und die können sich dann eingraben. Das war die 2,8. Und die können sich dann eingraben. Das ist leichtes Infanterie-Geschütz. Die werden mit Shilowo verteidigen. Und Das war ja auch nur 2,8, aber hier, ne, ja. Die Panzerbüchse. Da müssen wir mal genauestens überlegen. Warum ist das hier gelb, dieser Punkt? Manche haben dann so ein Kreuz irgendwie. Keine Ahnung. Das hier, weil da Kämpfe waren und da Tote liegen oder was? Sieht aus wie so ein Totenkreuz, ne? Diese beiden Sektoren würde ich ganz gern dem ersten Bataillon übergeben. Das heißt Und diesem Sektor würde ich ganz gern Und diesem Sektor würde ich ganz gern Vertrieg-Geschütz, ne? Mhm. So. Du marschierst auf jeden Fall schon mal hier hoch. Ihr könnt euch ein bisschen ausruhen. Und ein bisschen weiter aufminitionieren, dass die als Reserve hier... Ah ja. Okay. ok wie können also das werden auch keine schweren panzer seine wir haben halt keine infanterie jetzt in diesem in diesem ding also weiß nicht knifflig zweite kompanie ist das alles was von der zweiten kompanie übrig ist ne da haben wir noch eine reserveeinheit also geil trick 17 ok damit haben wir wieder jedenfalls eine kompanie in teilen wiederhergestellt ist das schon mal ganz gut und zwar hier ok die pioniere können wir auf jeden fall mal hier mit nach truschkino rein nehmen so und dann müssen wir irgendwie mal vielleicht vielleicht ansonsten also bis auf der ist natürlich jetzt hier so ein bisschen versprengt aber der wird halt hier da rumwandern und die brücke mit absichern und dann ist das bataillon eigentlich hier ganz gut beieinander das ist die vorhut vom 24 panzer bataillon also hier die kameraden hier und ich würde die ganz gerne in die mitte nehmen ne hier und dann haben wir hier das zweite bataillon ist das oder was ne erstes infanterie bataillon das das vielleicht die die südflanke hier übernimmt das erste bataillon übernimmt die nordflanke und das panzer bataillon das stößt dann hier durch die mitte durch oder so das ist ein guter plan was ist das hier achso das war die nein die heavy gun call die lassen wir da mal hinten ok damit habe ich meinen zug erledigt ich werde nicht angreifen kurze überlegung brauchen wir irgendwie hier noch wir haben halt hier keiner infanterie doch hier ein bisschen mal der hat kein spotter dabei mal gucken na scrollfunktion geht mal wieder traumhaft man dreht sich ja immer so den wolf wir haben zwei spotter 10,5 cm ich nehme den mal rein so dann glaube ich sind wir hier ganz gut aufgestellt also wenn die jetzt hier haben wir die leichte infanterie geschütz die kriegen aber auch anti tank ja ich hatte da bei dem letzten gefecht ganz schön glück dass sie mit ihren panzern mir nicht dumm gekommen sind ne ja antipersonal ok 39 mann ist noch eigentlich müsste ich hier in den wald ja diese olle panzerbüchse ne das würde ich gern obwohl wir haben jetzt zwei pack wir haben ja auch einfach die panzerbüchse und die 5 cm pack da haben wir zwei artillerie spotter hier haben wir auch nochmal einen also zwei spotter sind halt auch ganz schön stark ne ups ich weiß jetzt nicht geht nicht oder was ne ich sagte die können position tauschen ok ja dann ist es halt so so die kriegen ja auch mal anti tank sicher ist sicher und wir drücken next turn dann bestärkungen sind eingetroffen russe greift truschkino an ok weiß nicht was sind das für waffen ich weiß es nicht jetzt gucke ich gerade mal so ihr guckt auf dem schwarzen bildschirm ich werde mal einen schluck trinken hab ich gekleckert ja freunde das wird ein spannendes gefecht so 99 prozent ist geladen es regnet so das ist eine größere sache jetzt das ist eine größere angelegenheit so wir haben wir machen eine kurze inventur erstes infanterie bataillons kommando zweites bataillon kommando das bedeutet wir haben plus hier auch nochmal einen spotter wir haben einen arsch voll artillerie und die werden wir völlig hemmungslos einsetzen die sechste kompanie äh siebte kompanie entschuldigt bitte ähm siebte kompanie zweiter zug ok wir werden an den positionen nicht so viel ändern in form von dem sektor wo die positioniert sind ja du bist da natürlich werden die hier an den waldrand irgendwie alle gezogen so und du bist links das heißt ihr deckt den wald hier ab mit mit was habt ihr bekommen 5 cm pack sehr schön so dann sind doch alle eingegraben richtig geil leute ich freue mich drauf so die kommen mir alle von hier das heißt ihr werdet hier aufgestellt der siebte kompanie genau geht auf die linke flanke achte kompanie führungszug wird hier den wald die sind schon die stehen schon super da ähm so dann ich will diesmal auch einen hemmungslosen einsatz dieser geschütze hier sehen die haben wir die letzten male immer so dann haben wir hier die achte heavy gun coin mit der 28 panzer büchse 41 die werden hier im wald positioniert so und auch ihr chef ja so schön ich das interface bei tank warfare auch finde es ist sehr schade dass das von der bedienung so nachgelassen hat ähm das ist was bist du ähm okay dann können wir euch werden wir mal hier mit rein nehmen dann können die ähm die infanterie geschütze hier ähm defen sozusagen okay so dann nehmen wir dich nochmal hier beiseite das einfach der übersicht halber okay ne wir gehen besser hier am ähm was habt ihr für einen auftrag ähm naja ich fang erstmal hier doch besser hier erstmal so an okay ähm ähm so das heißt sehr wichtig bist du bist very important very 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 so da haben wir doch geht es noch besser ne ich glaube so und da ist sie auch ganz gut getarnt so und dann hat der zug der jetzt hier dabei ist einzig und allein die aufgabe das hier zu defen das geschütz so damit seid ihr wunderbar aufgestellt euer führungs zug der kommt auf eure rechte flanke und das ist richtig geil dass die alle eingegraben sind ja also ähm du kommst erstmal auch wieder um hier über sich zu schaffen beiseite dann der gruppenführer ist gar nicht so schlecht dann setzen wir den hier hin dann können die hier das das vorfeld hier abstreuen so und so und so ne so 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 ja ja die können ruhig nach vorne die sind ja eingegraben ne also okay dann haben wir ein spotter der ist auch eingegraben das ist wirklich super trotzdem wird der ein bisschen auf dem feld wo er noch ein bisschen tarnung hat ne okay das wäre soweit die linke flanke ähm angelehnt an unser bataillons kommando die kommen wirklich hier in den rückwärtigen raum die sollen in erster linie uns kommandopunkte bringen oder ist das schon wieder sind das okay das sind sdkfz dann wollen wir die natürlich nicht in den wald stellen natürlich quatsch das ist einfach zu viel oder das wäre einfach zu viel feuerkraft die wir da vergeuden wir haben so viel artillerie okay dann das andere bataillons kommando das steht da wo es stehen sollen und müssen wir das noch ein bisschen präzisieren auch das sind sdkfz die werden wir aber mal ein bisschen zurück halten so okay dann die haben wir ja gerade aufgestellt die haben wir gerade aufgestellt so dann sind wir bei der sechsten kompanie die ist stationiert in Shilowo Schauplatz blutiger Kämpfe seid ihr eingegraben? ne die sind nicht eingegraben das bedeutet ähm ja die haben halt hier eh ne scheiß sicht aber die ja ist halt so das bedeutet prepare for ambush after deployment so ja die kommen hier an den ortsrand eberhard bleibt hinten so du kommst so ein bisschen in die mitte so die sollen den ort sichern dass der russe da nicht einfällt okay dann haben wir den zweiten zug auch der wird die aufgabe haben schilowo gegen ähm ja ein eventuelles flankiermanöver der russen abzusichern so dann haben wir hier die achte heavy gun coil die ähm ja wie ist eigentlich der deutsche begriff ähm und du bist was das sind die panzerbüchsen ne dann stelle ich die mal zuerst auf die eignen sich ja auch hervorragende infanterie da haben die mir wirklich sehr gute dienste geleistet die sind aber nicht eingegraben sehe ich gerade ok dann so so müssen wir die natürlich ein bisschen special aufstellen dass die hier so ein bisschen wenigstens concealment haben ups ok ähm die heavy gun coil was habt ihr denn dabei äh die sind auch nicht eingegraben was heißt das fragezeichen weil das ausrufezeichen heißt dass die im falschen sektor stehen sonst wären sie eingegraben ähm so 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 ja und die machen sich auch für einen ambush bereit ok so die haben wir aufgestellt die haben den auftrag unsere artillerie zu sichern gegen einen eventuellen infanteristischen vorstoß irgendwie gleich welche art und gleichzeitig ist es auch eine ähm strategische beziehungsweise in dem fall eine taktische reserve so hier stellen wir die batterie auf ich guck mal die entfernung ja ja 2000 meter sollte klappen ähm so dann brauchen wir den spotter von dem team plus den ähm den melder wir sollten jetzt aber einen wirelink established haben ja also wenn man ähm äh wenn man äh 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 deft quasi dann ähm ähm müsste das eigentlich äh zumindest laut anleitung äh äh so und die bleiben concealed bitte ganz wichtig ok ähm ähm damit haben wir unsere aufstellung erledigt wir gehen in die ähm ähm initial order phase ähm ähm und wir äh schauen uns an ähm so und wir äh so 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 und ne 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 so ähm so so und ne ne das sind 10,5 zentimeter haubitzen hier haben wir 2,15 zentimeter so so dann kommen als nächstes die nochmal vier 10,5 zentimeter haubitzen und die werden den wald hier abstreuen und für den fall dass unsere infanterie in shilowo selbst ach mensch bekommen die hier an den ortrand ein feuersektor wir haben nochmal zwei 10,5 zentimeter gleiches ding wir werden aber hier vielleicht den wald dieses kleine wald ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt kleine baumreihe so und so was sind das für punkte hier diese kreise so dann haben wir 21 zentimeter mörser halleluja die werden die werde ich jetzt weit streuen dass ich da nicht so große mali auf die korrekturen bekomme so und das war's schon ach schade äh ja okay leute ja das war's aber dann auch schon mit dieser folge und in der nächsten folge werden wir die bis jetzt wohl größte abwehrschlacht in der geschichte dieses let's plays hier erleben wenn dir dieses video gefallen hat und wenn du lust auf weitere videos dieser art hast dann lass mir doch bitte ein like da abonniere meinen kanal falls du das nicht schon längst getan hast hier rechts unten ist ein wunderschöner abo button und damit heißen wir dich dann alle in unserer kleinen aber wachsenden community willkommen ich bin der basti ich bin hier raus und ich hoffe du bist nächste folge wieder mit dabei ciao ciao